Musik Beim Josefimarkt der Agrarunion Südost stürmten zahlreiche Gäste die Standorte in Gniebing und beim Lagerhaus in Feldbach. Ebenso öffnete die Firma Krobat die Türen bei ihrer traditionellen Hausmesse. Geboten wurde wieder ein innovatives und abwechslungsreiches Programm. Für unsere Gäste präsentieren wir natürlich unsere Sortimente und Warenprogramme. So haben wir am Standort in Gniebing eine tolle Ausstellung für die Landtechnik. Hier am Standort in Feldbach an der Logistraße präsentieren wir uns im Bereich Bau- und Gartenmarkt, Baustoffhandel und auch speziell für die Landwirte haben wir einen eigenen Bereich für Information und Beratung für die Landwirtschaft. Die Agrarunion Südost schreibt seit fast 100 Jahren eine rasante Erfolgsgeschichte und punktet bei den Kunden mit einer breiten Produktpalette und dem großen Angebotssortiment. Wir sind Dienstleister in der Region Südost-Steiermark. Wir haben nach wie vor 15 Standorte in unserem Genossenschaftsgebiet, wo wir einige größere Märkte betreiben und auch der Partner für Kunden außerhalb der Landwirtschaft da sind und gerne willkommen heißen. Der Josefimarkt und die Grobat-Hausmesse unmittelbar daneben sind in jedem Jahr zu Frühlingsbeginn wichtige Veranstaltungen für die Bevölkerung der Stadt. Ja, ich bin sehr froh, dass dieser Josefimarkt über so viele Jahre so erfolgreich ist und wir sehen heute bei diesem besonderen Wetter, dass das nämlich ein Magnet ist. Und das Lagerhaus ist natürlich ein Nahversorger der besonderen Klasse für einerseits die Landwirtschaft, aber auch für die Bevölkerung in der Stadt Feldbach und darüber hinaus. Gleichzeitig haben wir natürlich einen zweiten Spieler, die Grobat-Hausmesse, die auch sehr toll aufgestellt ist und ein Nahversorger im ganzen Sanitärbereich ist, sich gut entwickelt. Und mit diesen beiden Lokomotiven hier in der Grazerstraße und der Logistraßen hat die Stadt ein Top-Angebot. Bei der Hausmesse der Firma Grobat konnten sich die Gäste über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Heizung, Klima und Sanitäranlagen informieren. Und präsentieren aus unserer Eigenproduktion die Highlights der Alternativenergie. Im Hintergrund sind die präsentierter Bereich Wärmepumpe, Hydrobox, also Regelungstechnik. Und es sind sämtliche Außendienstleute da, die unsere Kunden sehr gerne bedienen und weiterhelfen. Biomasse einerseits Pellets-Kessel, Hakko-Kessel, Kombi-Kessel ist natürlich bei Hochtemperaturanlagen nach wie vor absolut im Trend und würde ich auch jedem empfehlen, auch diese Option in Betracht zu sehen. Ja, natürlich wie alle Jahre wieder das große Festzelt mit einer tollen Bewirtung vom Roten Kreuz und natürlich auch ein musikalisches Umrahmen mit einem Frühshow, ein tolles Nachmittagsprogramm mit Highlights Oliver Heidt, Markus Kreuz, sowie ein Kinderprogramm Autodrom, Hupfburg. Also wir hoffen, dass wir für jeden etwas dabei haben. Die Agrarunion Südost und die Firma Grobat sind wahre Vorzeigebetriebe der Region. Jedes Jahr eine Weiterentwicklung und wie gesagt, sie passen sich der Zeit an, gehen mit der Zeit und deswegen ist es so wertvoll und wichtig, so einen Partner in der Region zu haben. Der Josefimarkt der Agrarunion Südost und die Hausmesse der Firma Grobat erwiesen sich wieder als wahre Publikumsmagneten in Feldbach.